Ja, wieder ein neues Vlog ist am Start und schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Woche geht zu Ende und von dem her ist es noch viel toller, dass ich euch da noch einmal ein kurzes Update geben kann. Ich schreibe mir in meinen kleinen Zettel, was ich so bereden will. Und zwar, was ist diese Woche so passiert? Beziehungsweise nächste Woche fängt es mit ein paar neuen Panzern an. Ich habe mal wieder World of Tanks selber gespielt. Ich weiß, es ist lange her, aber diesmal ist dafür die nächste Woche umso intensiver damit. Es gibt drei neue Tschechen, die ich euch zeigen werde. Es gibt den IS-3-Auto, den ich euch zeigen werde. Und ansonsten drei Replays. Also nächste Woche ist da wieder mal so ein bisschen zwischen Live-Gameplay und Replay. Okay, das Thema, ja ich würde mal sagen, aufgesplittet. Dann ist mein i7 endlich wieder angekommen. Also ich habe wieder ein i7 drin. Und funktioniert bis jetzt auch sehr gut. Bis jetzt gibt es keinelei Probleme. Ich habe ihn auch jetzt auf 4,5 GHz getaktet. Und dabei bleibt er auch, weil ich habe leider so eine Krücke erwischt. Also da gibt es ja immer so Qualitätsunterschiede. Manche sind da sehr gut, manche verragen es von der Spannung her sehr, sehr stark. Und die Spannung, die ich jetzt gerade für 4,5 GHz brauche, ist eigentlich sehr viel. Also normalerweise, ja ich bin bei 1,32 Volt glaube ich. Und manche schaffen es schon mit 1,25, 1,26. Also von dem her da ein bisschen mau, aber egal, Hauptsache läuft und ob 4,5 oder wie viel ist, auch dann wurscht. Hinzugedessen habe ich mir natürlich so ein bisschen mit dem Thema Temperatur gespielt und habe dann Lüfter eingebaut und gekauft. Also Gehäuserlüfter. Und ja, wie es halt dann so ist, man steht im Konrad und denkt sich so, boah, so ein Gehäuserlüfter ist ganz geil. Und dann sieht man auf einmal so ein Gehäuse nebenbei sich. Also wirklich ein wunderschönes Gehäuse. Ja, das heißt, wahrscheinlich ist meine Odyssee noch nicht zu Ende, weil jetzt, ich habe eigentlich alles. Der PC steht, es passt alles, es funktioniert alles, es läuft alles. Aber ich meine irgendwie, ich bilde mir jetzt gerade ein, dass ich unbedingt noch ein neues Gehäuse brauche. Weil A, ist meins wirklich sehr klein, sehr gedrungen. Der Platz für den Komponenten zum Einbauen war da sehr knapp bemessen. Und wie gesagt, so ein neues Gehäuse bietet einfach den Vorteil, dass ich den deutlich besser lüften kann. Ja, und deswegen werdet ihr wahrscheinlich in Wälde auch dann da ein neues Gehäuse bei mir sehen. Wenn ich den Einbau mache, kann ich mir sogar vorstellen, dass ich den filme. Weil der Einbau würde natürlich dann erfordern, dass alles Bestehende in den anderen Rechner reinkommt. Also ob Motherboard und sonstiges. Und dementsprechend natürlich wieder etwas aufwendiger. Aber wie gesagt, da wäre es gut möglich, dass ich das filme. Weil bei den letzten Einbauten, die waren gefühlt immer so punktuell jedes für sich. Da fand ich es jetzt nicht so spannend. Aber wie gesagt, könnte sein, wenn euch das interessiert, werde ich es machen. Ja, das war es eigentlich schon zu meinem Zettel. Und wichtig, wir sind die 10.000 Abonnenten ja schon eine Zeit lang voll. Und dementsprechend hat es ihr mir ein paar Fragen gestellt. Und ich habe da soweit, dass es das zugelassen hat, die ausgewählt. Und die beantworte ich jetzt natürlich mal. So, von Hexi Süß. Hallo Alcaramba, Glückwunsch zu den 10.000 Abonnenten. Ich finde das sehr blöd, dass du den PC nicht bekommen hast. Freust du dich auf Weihnachten? Ja, ob ich mich auf Weihnachten freue? Ja, schon. Hat den Hintergrund, dass ich da meine Mom wieder sehe. Meine Mom wohnt nämlich in Wien. Das ist ja von München nicht so weit weg. Es sind ein bisschen über 400, 450 Kilometer, von wo ich wohne. Das ist ja bei Augsburg, sind es so knapp 500 Kilometer. Also es geht und ich sehe sie auch regelmäßig. So alle 2, 3, 4 Monate. Aber es ist natürlich schön, Weihnachten bei deiner Familie zu sein. Und dementsprechend, dass es schon nochmal was Besonderes ist. Also ja, ich freue mich dann schon auf Weihnachten. Ich habe auch da übrigens Urlaub in der Woche. Also deswegen freue ich mich gleich doppelt. Meine Frage wäre, wieso ist deine Wand so kahl und farblos? Also meine Wand, das ist hier hinten gemeint. Ich habe hier hinten wirklich eine weiße Wand. Hat das, hat so, dass einfach weiß macht immer so eine Krankenausstellung. Okay. Also warum die Wand so weiß ist. Also die Wand ist wirklich weiß. Hinter mir ist nichts Besonderes mehr. Die Wand sozusagen hinter euch. Da ist ein Bild an der Wand. Aber ja, mein Wohnzimmer ist da recht farblos. Und ich finde es auch ganz angenehm so. Dafür ist mein Gang orange. Und mit ganz vielen Bildern. Also mein Gang ist das Gegenprodukt zum Wohnzimmer. Also ja, ich wollte so ein bisschen Mix haben. Und Triki hat da noch weiter gefragt. Eine Frage habe ich noch. Schaffst du es, Mu endlich mal zu überreden, vor die Camp zu kommen? Also Mu und ich, wir sind ja jetzt, es ist ja glaube ich bekannt, dass RioCut und ich viel, viel mehr miteinander zu tun haben. Und Mu und RioCut, also ich bin jetzt glaube ich der falsche Ansprechpartner. Aber Mu hat sich ja eh schon gezeigt. Also von dem her ist das eh schon mal ein Punkt gewesen. Aber ich glaube, der ist halt einfach, der ist halt da nicht so, dass er sich vor der Camp gerne präsentiert. Wie zum Beispiel ich. Von Thomas Goethe. Frage für den Karamba. Würde man bei DHL-WG Newsleser und YouTube-Abonnent Rabatt auf einen BMW bekommen? Ja. Ganz einfaches Ja. Dann auch von Lukas Lechner. Der hat zwar spezifisch gefragt, aber allgemein ist die Frage mal ganz gut. Und zwar hat er gefragt, wie sieht es morgen mit Twitch-Team aus? Also morgen, das ist natürlich, die Frage ist lange her, aber ich werde auf das Thema Twitch-Stream häufig angesprochen. Und an dieser Stelle kann ich mal sagen, ja, ich streame zur Zeit nicht mehr und ich habe es auch jetzt in der nächsten Zeit nicht vor, das zu ändern. Zumindest nicht mehr so, wie es früher mal war, dass ich fast jeden Tag gestreamt habe. Weil ich muss einfach sagen, ich erreiche bei YouTube viel, 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 viel mehr Leute als bei Twitch. Und ich habe halt Twitch auch jetzt nicht unbedingt das hart beliebteste World of Warships gespielt. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Und da sehe ich halt die Relationen. Wenn ich YouTube ein Video mache, dann erreicht es irgendwo, wenn es jetzt ein ganz schlechtes Video ist, hat es 200 Zuschauer. Und wenn es ein super Video ist, aktuell bei mir, so die World of Tanks Videos, die gehen so Richtung 1500, 2000. Und wenn ich halt einen Twitch-Stream mache, da habe ich halt 30 Zuschauer. Und der dauert halt zwei Stunden. Und ich sehe das halt einfach in Relationen, Kosten-Nutzen-Relationen in Anführungszeichen. Wobei Kosten vielleicht extrem falsch ist, weil rein theoretisch, man bekommt, wenn ihr mal so euch Streams anschaut, Streamer bekommen extrem viel Geld teilweise gespendet. Also wenn ich es jetzt nur wegen Geld machen würde, dann würde ich streamen müssen. Aber ich sehe halt in der Zeit dieser zwei Stunden, was ich da halt anderes machen kann. Ich kann auch Videos rendern nach der Arbeit. Ich kann Videos hochladen. Ich kann auch Videos machen. Die Zeit fehlt mir halt bei Twitch-Streams. Deswegen, das ist einfach ein Zeitproblem. Ich habe halt zwischen 50 und 60 Stunden Woche. Und irgendwas bleibt halt auf der Strecke. Deswegen fokussiere ich mich dann da deutlich mehr auf YouTube. Und ich habe vor, und ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber ich habe vor, so einmal in der Woche einen Stream zu machen, dann abends. Aber das ist noch ein bisschen vage, wie ich das machen will. Dann eine World of Warships-Frage von Marius Napora. Kommt die Imperator Nikolai auch ohne Paket in den Job? Keine Ahnung. Also ich muss euch leider gestehen, das macht der Product Specialist bei Wargaming in Paris. Das war bis vor kurzem Obirian. Ich glaube, Obirian ist befördert worden. Aber wie der neue heißt, weiß ich ehrlicherweise nicht. Deswegen, ich kann euch das gar nicht sagen, wie das Thema da ist. Welche Schiffe, welche Panzer oder sonstiges in den Premium-Laden kommen. Ob mit Paket oder ohne. Da habe ich leider selber keinen Einfluss. Und ich kann auch das wirklich nicht irgendwo beeinflussen oder vorschlagen. Das machen die Jungs da für sich. So, was kommt es noch? Ah, von TheGamersSide4U. Hier meine Frage. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, beziehungsweise wie hast du den Weg auf zu YouTube gefunden? Also es sind zwei Fragen. Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin. Es ist ja mittlerweile bekannt, dass ich Autoverkäufer bin. Ich bin bei BMW angestellt. Und zum Autoverkäufer selber kam ich eigentlich recht einfach. Also mein Vater macht das Thema selbstständig. Der ist Gebrauchtwagenverkäufer selbstständig. Und ich bin sozusagen mit Autos groß geworden. Autos haben mich schon immer fasziniert. Ich fand Autos schon immer grandios und hat eine ganz eigene Anziehungskraft. Und das geht mir auch heute noch so. Also wenn ich gestresst bin oder sonstiges, Autofahren bringt mich echt runter. Also es ist für mich ein schönes Hobby, kann man sagen. Ja, und aufgrund dessen habe ich dann irgendwann beschlossen, okay, Automobilkaufmann könnte ein Job sein, der mir Spaß macht. Also da habe ich die kaufmännische Lehre erst angefangen. Klar, dann irgendwann zum Autoverkäufer. Und BMW ist meine Traummarke. Das kann ich auch ganz klar so sagen. Es gibt bestimmt ganz viele, die alle anderen Marken toll finden, die BMW gar nichts anfangen können. Aber ich bin mit der Marke geprägt worden. Und so kam es zu BMW. Und wie hast du den Weg zu YouTube gefunden? Im Prinzip war es damals ganz einfach. Ich hatte ja damals Vodcom, also die jetzige WG News, gegründet. Und es gab halt Tage, wo einfach wenig Content war. Und dann dachten wir, okay, also so ein Video wäre eigentlich ganz sinnvoll. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich dann die Videos angefangen habe. Und das hat sich halt von, ich mache ein, zwei Contents zu einem großen Hobby entwickelt. Meine Frage ist recht einfach. Haben Sie, das ist so nett, haben Sie überhaupt gedient? Nee, ernsthaft, warst du beim Bund? Schreibt er dann noch. Von Mr. Blue Pearl 45. Also, ob ich gedient habe oder ob ich beim Bund war? Nein, sie wollten mich nicht. Ich wurde ausgemustert. Ich habe da nichts dazu beigetragen. Ich habe nicht geschummelt. Ich habe nicht gemogelt oder sonstiges. Also, ich habe die erste Untersuchung gehabt und da habe ich mich auf die Waage gestellt. Und dann bei dem Übergang sozusagen zur nächsten Untersuchung haben die dann schon gesagt, ja, nee, zu dünn, das brauchen sie nicht. Und nee, bei mir war einer, der war jetzt eigentlich auch nicht dick oder so, aber den haben sie ausgemustert wegen Übergemicht. Man muss aber dazu sagen, das war gerade schon so die Zeit, wo die Wehrpflicht außer Dienst gestellt worden ist und da wirklich wahrscheinlich nur noch die Creme de la Creme aufgenommen worden ist. Naja, zur Creme de la Creme habe ich halt da nicht wirklich gehört. Ludwig Holz schreibt, Moin Andi, schönes Video und schöner Anzug. Das war damals natürlich so. Du scheinst allein in deiner Wohnung zu leben. Bist, wie du sagst, hetero. Ja, ich bin definitiv hetero. Frage also, bist du Single und wenn ja, warum? Ja, also ich bin Single. Jetzt seit einem guten Jahr. Gutes Jahr bin ich wieder Single. Und ja, warum? Weil es hat sich mit meiner Ex, die mich auch zum Thema YouTube übrigens ein bisschen gebracht hat, einfach auseinandergelebt. Wir haben dann hier zusammen gewohnt, aber es hat irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht gepasst. Es war jetzt noch nicht so, dass ich sage, das war jetzt was fürs Leben. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt habe ich das für mich so entschlossen. Ja, und dann kam es halt so, dass man sich halt getrennt hat. Aber es ist eine ganz schöne Liebe gewesen und ich wünsche ihr nur das Allerbeste. Also wir gingen jetzt nicht im Bösen, nicht im Streit auseinander und so sollte man es das auch machen. Und ich habe sogar erst vor kurzem mit ihr mal kurz auf Facebook geschrieben. Sie wohnt jetzt 600 Kilometer entfernt, jetzt nicht wegen mir, sondern weil sie jetzt studieren angefangen hat. Also von dem her war es auch für sie dann wohl die richtige Entscheidung, weil sonst wäre das deutlich schwieriger geworden. Eine Arbeitsfrage. Und dann auch noch mit einer, wo ich fast nichts anfangen kann. Mr. Volker Ford. Hi, was glaubst du, wie sich die Gebrauchtwagenpreise für i3 und i8 entwickeln? Danke im Vorwärts für die Antwort. Mach weiter so. Also man muss da vielleicht kurz aussuchen. i3 und i8 sind zwei BMW-Fahrzeuge, die beides in Elektrobetrieben sind. Der eine ist ein Reiselektroauto, der andere Verbrennungsmotor noch dabei. Und wie sich solche Gebrauchtwagenpreise verhalten, ist echt schwer zu prognostizieren, weil Gebrauchtwagenpreise sind immer schwierig. Elektroautos fehlt wirklich die komplette Grundkenntnis. Ich denke, der i8 wird sehr spannend, weil der i8 wahrscheinlich das Auto ist, was irgendwo gewisse Rarität und Sammlerwert mit sich bringt. Der i3, glaube ich, wird nach unten gehen im Gebrauchtwagenpreis. Aber wie gesagt, ich kann leider keine fundierte Antwort darauf geben, dass ich sage, ich habe da eine Erfahrung. Stryker fragt, brünett oder blond? Eigentlich blond. Also wenn es nach meinem Typ geht, stehe ich sehr auf blonde Frauen. Wenn es nach dem geht, was ich am Ende immer date und was ich als Freundin habe, wird es dann doch eher brünett oder dunkelhaarig, lustigerweise. Keine Ahnung, wieso das so kommt, aber am Endeffekt ist der Charakter der Frau wichtig und die Frau selber und das Zwischenmenschliche. Und Haarfarben kann man im Zweifel auch noch ändern. Oliver Böhm schreibt, so nachdem viele und ich wissen, dass du zum Glück Bayern-Fan bist, ich sage, ja, zum Glück, alle anderen, ich will jetzt keine Diskussion über welcher Verein, jeder Verein hat seine Fans und jeder Verein, ich bin immer pro-deutsch, aber ich bin halt München groß geworden und nee, 60 war für mich nie mehr Alternative. Wie kann man dich am besten kontaktieren, wenn man Karten über hat und dich mitnehmen will? Facebook. Wenn du mich mitnehmen willst und sagst, hey, ich habe Bock, Eikaramba neben mir mal sitzen zu haben, mit einem Bierchen in der Hand oder sonstiges, ja, schreib mir auf Facebook. Wenn ich kann, bin ich dabei. Der Andreas Brolli schreibt, hast du einen Hund? Er hat aber hasst mit zwei S geschrieben, also ich meine, jetzt ist die Frage, ob er sagt, ob ich einen Hund habe oder ob ich einen Hund hasse. Also, ich hasse definitiv keine Hunde, ich mag Hunde sehr, sehr gerne, ich habe aber auch leider keinen mehr. Ich hatte aber als Kind einen, einen kleinen weißen West-Hiland-Terrier, hieß Charlie, super toller Hund, traue ich heute ab und an noch nach, aber klar, wie gesagt, seit seinem Tod ist glaube ich schon, oh Gott, 13, 14 Jahre her, aber war ein toller Hund und ich liebe heute immer noch Hunde, also ich bin definitiv mehr pro Hund als pro Katze, weil Hunde für mich irgendwie so die, die ehrlicheren sind. Meine Frage an dich, wie alt bist du? Also von Herr des Olymp, muss ich dazu sagen. Wie alt ich bin ist ganz einfach, ich bin 28. Woher kommst du? Ich wohne jetzt bei Augsburg, also komme eigentlich aus München und wie kamst du zu WOT? Wie kamst du mit der Idee, mit YouTube anzufangen? Also YouTube hatte ich ja schon so mit der WG News und wie ich zu WOT kam, ist auch recht simpel. Ich hatte ein Freundeskreis, ist falsch gesagt, weil es sind keine Freunde, sondern Zockerkumpels, kann man sagen, mit denen, die habe ich im Internet irgendwie an Anfangszeichen kennengelernt und so hat man halt miteinander spielen angefangen und ja, die haben League of Legends das erste Mal gespielt und da war ich immer fleißig dabei und irgendwann hat einer da mal World of Tanks davon rausgezogen und das habe ich mir auch angeschaut und am Anfang fand ich es grandios schlecht, weil ich einen Scout gespielt habe und es nicht wusste und dann mit einem 3er-Scout in einem 6er-Gefecht war und dachte mir, Alter, das ist das für ein Scheißspiel. Ja, und irgendwann, Monate später, also ich habe es dann echt sofort sein lassen, ich habe gesagt, okay, in 5 Runden, das Spiel ist totaler Müll und nie wieder. Monate später habe ich dann mal wieder dann mit World of Tanks angefangen, weil sie gesagt haben, okay, spielst du nochmal das und das. Dann habe ich mich auch belesen und dann habe ich das mit dem Scout-Matchmaking und so alles ein bisschen erfahren und gesehen und seitdem habe ich dann begeistert gespielt. Also von der Zeit, in der Zeit, wo muss ich sagen, hat es gepasst. Ja, das waren noch alle Fragen, die wir hatten, also von dem her, ich glaube, heute wieder mal ein sehr informatives Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal, euer Aykaramba und dieses Mal mache ich es ohne das Abgenervte am Ende, weil das habe ich einfach für Wickers-Mack zu schneiden. Also, ciao, ciao!